Hey Internet und Youtube Zu dir bei Happy Wheels Und den neuen Blutfonteinen Wir spielen Oh, das sieht aber gut aus, das Auto Kann ich springen? Ich save dich, Vorsicht Oh, yes, yes, yes Oh no, nicht die armen Melonen Komm ohne, nicht den Fernseher Ihr bräuchtet euch nicht mehr über das Fernseherprogramm streiten Und Hello there Shut up Wer hat das gesagt? Hello Okay Impossible Nicht für mich Nicht für mich Nicht für Das ist nicht Das ist mein Level Ich bin der Master in dem Level Ich Ja, wisst ihr warum? Ich brauche ihn! Turbomode Seht ihr? Ich bin schon weitergekommen Aha Da schwingt er sich noch Okay Don't move Das hatten wir doch, oder? Euer absoluter Lieblings Folge Ich Es ist Wahnsinn, wie viel Damage Man kann das machen Wenn jeder sterben Dann gewinnt Kein Problem Kein Problem An was halte ich mich hier fest? Ich denke das ist kein Schwert Was soll das sein? Wir wollen nicht darüber nachdenken Richtig? Richtig Okay, wie ging denn das mit dem Festhalten? Ja, überhaupt Komm schon! Aha Jetzt Ich glaube ich hab's versaut Ich glaube ich hab's schon versaut Ich verschone euch noch einmal Wait a couple of seconds Rufzeugen, 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 Rufzeugen Okay Jetzt Jetzt Hit her Warum gerade sie? Und was machen die zwei hier rechts oben? Ah, sie hat was verloren Sie will was aufheben Ich verstehe Okay, jetzt ist alles klar Und er hält sie, damit sie nicht umfällt Alles klar Komm her! Komm! Das war ja völlig für die Fische Hopp! Okay Jetzt komm schon Sag mal Nimm das Nimm das Schwert Und hilf der Dame beim Aufheben ihres Glückstalers Yes! Fall um! Wer legt hier auf? Könntest du? Geh mir aus dem Weg Yes! Noch Ich hab sie noch einmal Okay, komm her Okay Jetzt hab ich das wieder Nicht da draußen mit dem Ding Oh ey Und runter! Yes! Also da ist nichts mehr übrig Da ist nichts mehr übrig Der Glückstaler war doch kein Glückstaler Don't move schon wieder Lightsaber throw Go Dark Feather Hey, ich bin dein Sohn Hopp! Yes! Das ist meine neue Mütze, okay? Sieht einfach viel cooler aus Okay, ich will einen Open erwischen Und Go! Du bist nicht mehr mein Sohn Nein! Nein! Vorsicht! Komm her, du da oben! Mit dem Bösewicht muss ich doch Irgendwie Oh, schade Hopp! Oh Gott! Das zählt nicht! Ich will wissen, was du unter dem schwarzen Umhang hast, mein Freund Nein, 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 nein! Ah, da war doch Zumba-Dumba Ob er überhaupt was anhat Warum denke ich über sowas nach, YouTube? Go! Go! Sag einmal, ich bekomme keinen Schwung Oh, das war perfekt! Ah, ist es abgestützt? Hallo? Okay, ich kann nichts mehr klicken Get ready for the time of your life Hallo? So, you think you can fly I believe I can Oh! Das macht nichts Ich brauche ohnehin nur meine Hände Wow! Okay, da blieb jetzt nichts viel übrig Vielleicht ohne Schub Und go, mein Freund! Okay, es könnte natürlich Wow! Oh, hier ist das Ziel Komme ich hier direkt rein? Vielleicht Ohne Schub Oder einen Schub dann verwenden Wenn ich hier bin Okay, nein, es ist zu viel Es ist zu viel Okay, ein Versuch noch Ohne Schub Und alles wird gut Das reimt sich Fast Nur das Schub Gut Verschiedene Wörter sind Warum machst du die? Du bist so ein Angeber! Warte mal Ich will die Familie nehmen Wie schnell sie strampelt die Gute Der da vorne ist Etwas, okay Es tut mir, es tut mir sehr leid Passiert nur mal ein Unglück Manchmal, das gebe ich zu Nice Sleptends Naked! Ich glaube nicht Okay Habe ich irgendwas übersehen, was ich... Ja Pogo only Server Throw Impossible schon wieder Okay, dann nicht Adio Ninja Adio Ninja Ja, ganz klar Ganz klare Sache Wartet Was? Ich habe was vergessen, Sohn Hahaha Okay, die Strafe kommt sofort Pfff Journey Pro It's almost impossible You need good control Hahaha Genau, meins! Komm her! We can do this! Yes! Slow-mo Fliege ich nach oben oder nach unten? Ganz war das nicht offensichtlich Und Go! Okay, wisst ihr was? Ich brauche ihn hier! Here's the number one! Yes! I did it! Op! Es geht nach unten! Warum machst du so Überreckungen? Ja gut, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig Hahaha Victory! Gott sei Dank! Halleluja! Ja! Ich habe ein Level geschafft! Äh, mein First Level machen wir das noch! Play now! Sieh mit ihren Snickers Eick aufs Wagen Oh, nach Hause bringen, sag ich Und schon sind alles Einkäufe weg Die muss zum nächsten Supermarkt Ja, nicht aussteigen! Lady! Isst du mit den Füßen? Der letzte maßregelig ausgepackt Ja! Kommt schon meine Gute! Lass die Süßigkeiten bloß trennen! Das geht! Nein, 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 nein! Jump! Bombe der Speed, oder? Ich komme nicht vorbei! Und! Wartet! Wait for it! Muss ein bisschen trainieren und abnehmen Und jetzt! Stich! Trust me, jump! Okay! Gott, ich bau den Formel 1 Motor hier drinnen! Aber hier! Okay, wir nehmen Das Pärchen! Wollte ich schon aus dem Oh! Jetzt bin ich an einem ganz romantischen Ort! Immer! Immer das Pärchen und diese Ponderösen Okay! Jetzt aber wirklich! Wir fahren zu einem ganz romantischen Plätzchen Wir tun dich! Wir tun dich! Ganz ungestört! Okay! Habe ich erwähnt, dass das romantische Plätzchen die Hölle ist? Warte! Wir leben noch! Oh, dann ist ja gut! Wir leben noch immer! So weiß man wenigstens, dass man lebt! Kannst du die Dinge rausziehen? Das wäre echt nett von dir! Danke fürs Zusehen! YouTube macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ich werde das... Wir müssen das! Wir müssen den Scheinen! Wir müssen das!